Hi Freunde, in diesem kurzen Video zeige ich euch, wie man mit ChatGPT wunderschöne Graphen aus verschiedensten Daten erstellen kann. Dafür habe ich meinen Bildschirm gefilmt, als ich für ein Projekt Graphen aus meinen Schlafdaten brauchte. Meine Schlafdaten hatte ich mit der Apple Watch getrackt. Die Daten wurden dann einfach in einer Excel-Tabelle gespeichert und diese habe ich jetzt beim ChatGPT Code Interpreter hochgeladen. Den braucht ihr auch, wenn ihr Dateien bei ChatGPT hochladen wollt. Allerdings gibt es den derzeit nur in der Plus-Version für 20 Dollar im Monat. So, hier seht ihr auch den Prompt. Lies meine Schlafdaten aus und erstelle mir alle passenden Graphen als eigene Datei zum Veranschaulichen der Ergebnisse. Markiere den 10.05.20 mit einem Pfeil in einer anderen Farbe. Ab diesem Zeitpunkt habe ich ein neues Bett bekommen. Wenn möglich, lasse ein Pfeil auf diese Markierung zeigen und einen Schriftzug mit neues Bett zum verdeutlichen. Stell sie mir als PNG-Format zum Download zur Verfügung. Bitte in einer höheren Auflösung, damit ich sie für ein 4K-Video verwenden kann. Den Prompt werde ich auch der Prompt Liste wieder hinzufügen. Den könnt ihr euch dann einfach kopieren und für eure Daten anpassen. Und die Liste findet ihr wie immer gratis verlinkt im Discord. So, hier möchte ich euch zeigen, wie ChatGPT dann vorgeht. Genau, als erstes liest er die Datei und versucht sie zu verstehen. Wenn er Fragen oder Vorschläge hat, sagt er es dir. Dann antwortest du ihm einfach. Genau, dann schnibbelt er sich quasi die Daten so zurecht, dass er sie verarbeiten kann. Hier sagt er mir, ich werde drei Diagramme erstellen. Gesamtschlafzeit pro Tag, qualitativer Schlaf pro Tag und Tiefschlaf pro Tag. So, dann sagt er mir, dass er den 10. Mai nicht gefunden hat. Genau, und schlägt mir dann vor, ohne diese Markierung weiterzumachen. In dem Fall sage ich Nein, sonst wähle den nächstliegenden Tag, weil mir diese Markierung schon wichtig ist. Genau, und dann kämpft er sich durch und dann kriegst du den Download zur Verfügung gestellt. So, und das erste Ergebnis sieht schon ganz gut aus. Allerdings wollte ich dann auf der Y-Achse keine Minuten, sondern die Stunden angezeigt bekommen. Und das habe ich ihm dann auch wieder dementsprechend gesagt. Genau, die habe ich bekommen, nur dann mit einer großen, leeren, weißen Fläche. Genau, dann habe ich ihn nochmal darauf hingewiesen, dass das Format nicht stimmt und er nochmal schauen soll. Und zack, schon haben wir wunderschöne Graphen, die wir für Projekte verwenden können. So sieht das Ganze aus. Genau, und jetzt siehst du, wie schnell man mit der künstlichen Intelligenz echt gute und aussagekräftige Graphen erstellen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Feedback. Und wenn du keine KI-Tools in der praktischen Anwendung verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.